Sturm Bulldog übernimmt die Führung. Das Sturm Bulldog-Fahrzeug auf Platz 1 unterwegs. Das ist dann tief auf der Zutöne Position. Sturm Bulldog, der richtige Audi-Fahrer. Die Führung von Platz 1 unterwegs. Das Dany-Tief fährt raus. Ausfall. Das ist aber noch sehr anfällig. Da oben auch schon recht aufgefallen. Schauen wir mal, wie es nachher aussieht. Obwohl wir wieder zu Hause gefahren. Der Magel-Fahrer. Das ist gut. Die Führung von der Reserve auf dem guten Platz. Mit Intervall mit seinem Fahrzeug. Also alles entschieden. Die Führung von der Reserve. Die einen zweiten Platz mit nach Hause nehmen. In die Führung. Die Heckklasse. Das ist der Mann von den neuen Tigers. Die Heckklasse. Das sind Michael und Jürgen. Und Marc Simon vom Stocke-Team Modin. Machen Sie sich startbereit.